ja ja moin hier ich bin es naik neben mir sitzt der alex der gerade voll im bild ist aber es ist ja öfter so dass alex mir ein ganzes bild einnimmt alex willst du was sagen antel mal wer du bist ich bin der alex guter freund er ist erledigt alex ist tot ok ne ne der alex spielt jetzt mal die runde black ops 2 und er versucht mal irgendwas zu reißen kriegst du was gerissen alex komm reiß mal musst du reiß voll im visiven ja ja ich wollte alex ist jeder von dir ich ja ich wollte mal labern was so ging was so alles los passiert ist und so also erstens ich habe neues intro ausgehauen endlich mal hatte geburtstag habe neues aufnahmeprogramm endlich alex schon wieder gestorben und ja so alles in allem baut ich meinen kanal so langsam richtig gut auf also nicht von zuschauen her fällt zwar halt noch so ein bisschen aber erfreut so wenn ihr da mal irgendwie was macht und der alex ist eigentlich nur zu laut und ja was soll man da noch kurz sagen der alex ich war da eigentlich nur ein bisschen ausrasten alex musst du ein bisschen ausrasten bei ihren kill ok gut Alex du stirbst nur ne du stirbst du stirbst ja ich weiß die die weil ich zappen wollte ich bin jetzt so sehr gesprächig weißt du ja ich bin eher so sehr ja ich bin eher so der ruhige typ der irgendwo ganz in ruhe spielt und dann einfach mal abkotzt mach mach mir eine mit ja ja mach eine mit und mach drei ich wieder suchen hier ich muss erst mal auf deine kontrolle allerdings reinkommen empfindlichkeit und so was soll ich denn erzählen ja was soll ich denn erzählen ja was soll ich denn labern ja was habe ich heute schönes gemacht ja ich bin aufgestanden so 13 uhr ist mein ernst so ist es aber ja 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 Lade nach. Lade nach. Lade nach. Hast du die Drohne? Nee, doch hast du die Drohne freigezockt, ne? Oh, oh. Nicht mal eins von Drohne gestorben, sondern Drohne raus. Alex holt den Typen direkt von hinten, so richtig Agile kriecher ist das, ne? Oh, und den von vorne, Alter. Schön, wieder unscheißen, ne? So mit hinlegen, da hast du schon langsam raus, Alex, ne? So, er läuft zu dem blauen, fast blau, fast blau, fast blau, fast blau, fast. Touchdown, Junge, Touchdown! Da steht rechts, da ist der super Junge, dicke Eier, Junge, muss ich machen, dicke Eier. So, okay, gut. Bye. Wow, da kannst du dich machen, der ist gesprungen, der, ja, jetzt tut er was, weil er auf der Neuen spielt. Ja, 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 so, mach mal jetzt mal. Oh, Alex, Alex, oh, den hast du geholt, den hast du richtig finselt, ja, den hast du rasiert, Junge. Wie würde er Lutrix sagen, rasiert. Ich glaubst du, ah, boah, aber richtig knapp verloren, ne? Alex, hast du dich voll angestrengt, ne? Was hast du für KD überhaupt, würde dich mal so interessieren, jetzt mal. Alter, zwölf drei, ne? Also, zwölf drei, ne, schon, ne? Kann man auch schon sehen lassen, ne? Ja, beste KD wird es sein. Beste KD, Junge. Warte, da gibt's den Daumen hoch. Das ist mein Arsch, Alter. Ja, ne, klar, Winnie's. Du musst beginnen, musst beginnen. Ja, so, ich nehm das. Dann halte ich dir das nochmal hin, damit auch nicht. Ja, was soll ich denn reden? Sag mir da einfach mal aus. Ja, Tim, was Uro, wie dein Lobby ist, ob die Tiefel fällt. Das ist alles Loops. Alles Loops. Okay, gut. Oh, das ist so, ey. Dreimal gestorben und dann hab ich weggeknappst. Wo ist denn, wo bin ich die Kamera? Ja, was soll ich denn in die Kamera? Ich rede mit dir. Ich rede mit der Kamera. Okay, ich rede mit dir. Du redest mit der Kamera. Ja, ich sehe in Ordnung. Hallo, Kamerbar. Okay, Sitter, klappt das genauso. Ach, ich rede mit der Kamera. Ich rede mit der Kamera. Ja, ich rede mit der Kamera. Ja, ich rede mit der Kamera. Ich rede mit der Kamera. Okay, der Alex, der spielt nur MP7, ne? Ah, du spielst keine Zielsuche. Ich habe den Zielsuche. Alex, der hasst Zielsuche. Genauso wie Schrotflinten hasse. Jeder, der Schrotflinte spielt, dem sollten bitte die Hände abgehackt werden. Habt ihr es gehört? Hände abgehackt werden. Meine Rede. Ja, so ist das. Ich hasse es wirklich Schrotflinten. Ganz ehrlich. Ja, na, wie gesagt. Wenn du in eine Lobby reinkommst und eine Schrotflinte vor dir hast, dann hast du wohl kein Bock mehr, oder? So sieht es aus, ganz ehrlich. Ich darf immer nicht weiterspielen. Ja, damit bitte ich meistens. Weil, einfach nur, ich sage. Alles klar, cool. Dann kommentiere ich hier weiter. Alex, den Run. Der Alex, der probiert jetzt hier erstmal wieder was zu reißen. Mal gucken, ob wir eine Schrotflinte entdecken, die wir rasieren können und den wir die Hände abhacken können. Hat den Aim drauf und verzichtet. Ich habe ihn einfach nur so drin. Ja, siehst du da unten. Naja, ich sauber so in der Schuhe wie du da unten. Äh, ja, hinter dir würde ich auch sagen. Rechts da. Vielleicht ist der oben. Also, ich habe da hinten einen roten Punkt gesehen. Also, kann sein, dass er oben ist. Achso. Ähm. Ich bin tot. Siehst. So was, so was, Junge, so was. So was, hast du geholt. Ein dickiger Ohr, Junge, alter. Mit drei Eiern am Sack, alter. Vier. Oh, wirklich. Ich muss gar nicht mehr was. Hm. So, kommentieren wir jetzt sogar noch mit Headset. Äh, ja, hallo, Lobby. Strollen raus und dann holst du den Rest weg. Ohne Näherzicht. Dicke, 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 Junge. Kriegst du gar nicht erst? Ach, das ist alles geschützt, schaffst du auch noch locker. Locker, flog ich. Granate, Bewegung. Komm, auf jeden Fall nicht ins Kreuzfahrer, Junge. Nicht ins Kreuzfahrer, war einer. Wow, Alter, der hat dir gerade noch so den Arsch gerettet, ne? Granate, Janas. Ah, schade, Junge. Schade. Die Camper, Camper ist bis in der Mitte vorgelaufen und stand an einem Stein und hat nur auf dich gewartet, Alex. Nur auf dich. Hm, da wartest du auf alle. Schau, Alex, machen wir jetzt hier, äh, oh, Alter, oh, Alter, das war ja fast geschenkt. Vor allen Dingen spielen alle die LMGs zur Zeit wieder. Aber zum Glück keine Schrot finden. Da hab ich kein Problem mit. Gut. So, Alex ist jetzt mittlerweile am anderen Sporn angelangt. Mal gucken, ob jemand hinter ihm kommt. Ja. Ne, anscheinend doch nicht Glück gehabt. Mehr. Alter, Alex, MP7. Auf die LMG, alter Junge, der hat einfach nur Vorteil. Guck doch mal. Der hat einfach nur dieses Aim, Junge. Der Fahrer eliminiert. Drohne, nee. Dieses Aim musst du haben. Du musst du 100 Präzi haben, Junge. Geh ne Kugel vorbei. Ja. Ich bin da nachladen. Weil da gab's schon mal bei MW3 gab's nur eine Medaille, da musstest du mit einer PDW, also hier so MPs und so alles, musstest du's, also komplette Magazin verschließen, also alle Magazine, ohne zu sterben. Hätte ich ohne zu sterben, ohne eine Kugel zu verfehlen, ne? Aus rechts. Ach, ich bin da. Habt ihr schon nen Orbi draußen? Nein, das ist so traurig. Äh, vielen Dank an den Typen, der nen Orbi hat. Sag mal nach wie du bist. Ach, ich bin da. Alles weiß, was ist der Mann, aber ich kippe auf der Weg. Ach, gut. Ach, okay. Alles blüht, alles blüht, alles blüht, alles blüht. Was ist da los? Oh der, oh ne, oh ne, oh ne, Alex kommen wir heute, oh da war ein... War er in der Ecke? Ne, war er in der Ecke. Es war ein Tarn, es war ein... Ich hab Tarn gelesen. Ich war mal hier so. Oh, schick. Dicke Eier. Alex gehst du ab. Das war's für ihn. Oh, dicke Eier gewonnen, Alter. Dicke Eier durchgerissen durch das Spiel, Alter. Musst du dicke Eier haben für das Spiel, Alter. Dicke Eier mit Flavor. So willst du mit Geschmack. Ja, okay. Hast du gut gemacht? Ja, wie lange nehmen wir schon auf? 50 Sekunden, äh, 15 Minuten. Ja gut, können wir noch mal ein bisschen... Eine Runde schaffen wir auf jeden Fall noch. Eier, guck mal hier sind sogar zwei Girlies drin. Was ist los? Hallo. 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 Hey, was ist los bei dir? Hey, yo. What's going on? Oh, gell. Was ist los? Was ist los nur? Lobby. Ah, jetzt geht's los aufs Raid. Ah, wir haben dein Interview vergessen, Alex. Ja, wir haben das Interview dazwischen vergessen. Oh. 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 Okay, gut. Weißt du, was wir noch holen? Müsst du noch ein zweites Headset. Muss wir aufnehmen können. Also müsstest du noch dein Laptop mitbringen, dann müssen wir nochmal extra aufnehmen. Für solche Aktionen bräuchte man einen zweiten Laptop, ja. Ah, guck mal, du hast übelst geile Location bilden, ne? Also, wenn ich meine, offen... Ja. Übel... Naja, okay, erzähl mal nach der Runde. Gut, äh... Ich glaube, jetzt... Ne, ich glaube, es ist nicht, das ist so ein Spoiler, ich ja gleich, was wir so gleich reden werden. Okay, Alex, ihr merkt schon, so langsam hat der Alex so sein gewisses Upload, Prinzip bei, äh, Raid, wo er am Anfang langläuft, hab ich auch, nur war aber nicht da lang. Ah, der hat sich fast gesnipet, ne? Muscht da aufpassen. Oh, schon wieder daneben. Der weh ist einfach nur nicht... Da hätt ich gedacht, ach, leck mich, der trifft mich eh nicht. Oh, scheiße, nee. Wir haben den Vorteil verloren. Oh, was schlaues hier. Oh, nee. Guck mal, da ist einer. Ich wollte doch Messer. Noch einer. Alex. In Fortrone. Boah, was machst du denn? Boah, was machst du denn? Spielereinladung? Aber wir sind grad voll in die Aufnahme. Äh, das ist so cool. Boah, schade. Was hast du denn? Was hast du mit X? War wohl nix, jung. Passiert, passiert, passiert. Du musst, musst du Eier schicken. Alex, check mal deine Eier. Wupp! 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 und er hat sich hat sich gefickt jung hat er hatte ich schick einladen der spielte sieben die sieben ist gut 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 links vorhin ans haus gelaufen aber ich glaube das ist auch schwachsinn gönnen wir mal den sparen von denen oder ist bony schon da oder hast du hast die geholfen der nächste jungen wollte noch ein musste noch einholen mit fremder waffe von dir alle von dir hat die drone vielen dank an die drone er hat nur geschluckt da guckst du einen nur geschluckt so ein penner es geht ja mal gar nicht was hier nur los in dem spiel tut auch so langsam rücken wir von ihm ganz sitzen die runde die dort lange die waren einfach nur um dich herum alles voll reingerannt die ganzen mob richtig richtige mobficker sind das ja drück mal start ich habe die anderen mal die andere die obere sechs 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 glaube ich sogar noch ein bisschen besser weißt da wegen sechs so explodiert warbing klar wenn dann schön dicke Halt mich was mit Fingst Goms zu tun Ja ne die geht gut, pass auf ne, die geht richtig richtig steil Der kann's richtig geil spielen Viele überregen sich drüber auf Ok Alex ist wieder voll dabei Alex ist im Skill Der Typ stand einfach nur mitten im Bild Der Typ ist toll im Bild Das ist so traurig Musste gönnen, Alter Na ok, gut, wir verabschieden uns hier Alex, doch, auch noch mal Schlusswort sagen Ja, auch noch mal Schlusswort sagen Ja doch Alex Gut, du als alter Kommentator Ich bin kein alter Kommentator Ich sag nur, ich hoffe es hat euch gefallen Und ja, haut rein Ja, gut Dann würd ich auch mal sagen Haut rein, haut rein, haut schon vor Mit Karacho Äh, warte mal, ich muss das mit raus Ist das nicht so cool Warte mal, ich muss das mit raus Ist das nicht so cool Sätein Und ja, ich muss das mit raus Und ja, das ist das mit raus Und ja, wie die habr auf hoamis In dem, in der Zeit Und ich wünsche euch mal bei den Ich wünsche euch mal bei euch Mit den Outt und ich danke euch Ich wünsche euch mal bei euch Vielen Dank. 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 Vielen Dank.